Los Sonja, ab in die Badewanne! Och nö! Natürlich musst du baden! Wer draußen spielt und sich dreckig macht, der muss doch auch in die Badewanne. Ich hab aber keine Lust zu baden! Den Dreck kann man sich doch auch hier am Waschbecken abwaschen! Nein Sonja, komm ich mach dir ein ganz besonderes Bad. Möchtest du Glibby Slime oder lieber Tinti Badewasserfarbe? Oh, das klingt beides spannend. Hm, darf ich mir wirklich eins aussuchen? Ja klar, Hauptsache du gehst endlich in die Badewanne. Jetzt würde ich am liebsten zweimal baden, ich kann mich gar nicht entscheiden. Dann nehme ich heute Glibby Slime, aber dann bade ich morgen wieder Mama, okay? Ja, meinetwegen kannst du gerne morgen wieder baden. So, Wasser hab ich dir jetzt schon mal reingelassen. Ich fühl mal gerade hier, ja das ist auch wirklich sehr schön warm, da kannst du ruhig schon mal reingehen. Und dann gebe ich das Pulver dazu und dann wird das Ganze zu Slime. Und nicht nachspritzen Mama! Ich geh ja schon in die Badewanne. So, hier steht umrühren und dann kann der Badespaß losgehen. Okay, mach ich! Dass ich dich mit so ekligem Glibber in die Badewanne locken kann, das hätte ich niemals gedacht. Ja, dann viel Spaß, Madame! Ha, das ist total glibberig! Also, ich wasche mir lieber mal die Hände. Mein Fall ist das nicht. Aber es riecht gut. Mama, ich tauche unter! Also, das muss ich mir echt mal merken. Das hätte ich nicht gedacht, dass man damit Kinder so einfach in die Badewanne locken kann. Unser Badezimmer sieht zwar aus wie ein Saustall, aber ich glaube, meine Tochter ist dafür gleich endlich sauber. Sonja, wie es hier aussieht! Jetzt komm endlich mal raus! Ich glaube, du bist jetzt sauber! Oh, jetzt muss ich gleich noch das ganze Badezimmer putzen! Haha, das macht Spaß! Ich werfe mit Schleim nach dir! Okay, jetzt reicht es aber für heute. Ich glaube, du hattest deinen Spaß! Danke, Mama! Das war wirklich toll! Ja, ich glaube, wir beide nehmen jetzt noch eine Dusche. Dusche? Och, nö! Das war wirklich toll! Untertitelung des ZDF, 2020